HURRA! Nee, du lebst noch! Du lebst noch! Oh, Junge! Wo kommen wir da rein? Bitte! Nein! Really? Fuck! Will der uns verarschen? Ah, das wird ne... Ich geh jetzt nicht mehr zurück, Alter! 4XL Episode! Shit, Mann! Guck mal, da ist der Raum, da kommen wir glaube ich auch noch mit einer Level 3, da ist auch gar nicht erst eine Level 4 Kalle rein! Selbst gesplittet haben wir noch eine riesen Episode, oder? Ja! Müssen wir drei Teile machen! Das ist doch kein Problem! Ja! Hau dir mal so ne Pille rein, oder? Wo war denn? Nein, voll denn, das kann man eigentlich machen! Voll! Die tauchen ja hier wie heute auf, ja! Das kann man doch endlich fach nehmen! Das ist jetzt einfach so groß! Das geht ja nicht anders! Das geht ja nicht anders! Dann müssen wir Geld B finden! Ja, vielleicht sagt er dann auch, wo Geld B ist! Haben wir schon mal geöffnet? Haben wir schon mal geöffnet lassen? Nein! Oder vielleicht ist es hinter ihm! In der Wand! Wir fahren glaube ich nicht, oder? Nein! Mach mal! Ach Mann! Sind wir gefangen, oder was? Wir sind nach oben! Jetzt fahren wir! Wir fahren! Du musst auch so ein bisschen wachen! Wer ist der andere, oder? Ja! Ähm! Ja! Ja! Da waren wir noch nicht! Help! Help! I don't want! Ja, das war jetzt der kürzeste Weg! Da runter zu! Ist echt voll, wenn das Ding an ist! Ja, komm schon! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Jetzt gehen wir da lang! Ich hab keine Ahnung! Wenn nicht gleich! Da wollen wir schon! Ich hoffe, dass jetzt 9-tailed Fox gleich kommt! Wann ist das halt da lang? Ich kann auch schon! Jetzt müssen sie so rausfallen in seinem Käfig! In seinem Cage! Das wäre lustig! Ähm! Das gibt eine reelle Chance! Da und dann rechts? Oder? Weiß nicht! Nein! 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 Nach so einem passt nicht! Das war hinter so einer Streuße, glaube ich, oder? Das war hinter dem 96er! Gut! Wo war der? Der, der am Boden hockt, oder? Ja! Wo war der? Tja! So! Auf da hin, ja! Ja! Ich denke, dass es da ist! Der Navigator müsste die SCP-Raum anzeigen können! Was war da? Da war nix an mir gedacht, oder? Aber... Geht auch zu machen! Sack ist aber da, glaube ich! Ich habe hier zweimal eine Batterie gelegt! Ach so! Könnte aber sein, dass er auch noch halb 14 war! Ähm! Uah! Ah shit! Da ist der Anfang! Wer sich dahin bewegt! Der bewegt sich das nur so ein Stück, ne? Der bewegt sich so wie so eine Schnecke in einem Tempo ungefähr! Okay, wir sind jetzt wieder am Anfang! Alles klar! Von da ist mir gekommen, also musst du dann da hin! Meine Güte! Du bist ein Junkie! So! Nimm mal Strange Bottle und dann die Pille wieder, oder? Der Strange Bottle kann uns ja auch potenziell umbringen! Sofort! Ja, dass wir heavily bleed'n halt! Ja, und wenn wir die Pille nehmen? Keine Ahnung! Dann bringt ja nichts! Naja, machen wir, wenn wir nicht weiterkommen! Nehmen wir einfach alles! Jetzt die Gasmaske auf! Du hast jetzt zurückgelegt! Genau! Auge tropfen! Als Strange Bottle! So! Moment! Ich muss gucken, wo ich hier laufe! Hm! Das ist beides jetzt nicht sehr herrlich! Jetzt Hände wär's auch, wenn ich dann in so einem Raum gefangen bin! Zum Beispiel! Gut, da gibt's nicht weiter! Man könnte auch noch ein bisschen länger halten hier! Pexpillen hier! Da ist aber auch nicht so großartig! Da ist er! Nee, da ist er! Junge! Ah, pass auf! Hä? Hä?! Ist er jetzt einfach weil er in einem anderen Raum ist oder läuft er rum? Ich sag nicht so blöde Sachen! So! Ey, ich sag dir, wenn wir jetzt wieder eine Chance Mastercard haben, dann brech ich ab! Wir haben ja 2k! Stimmt! Oh nein! Ernst! Ey, immer an den blödsten Situationen, richtig? Ich glaub, es hat der Alex B so festgelegt! Die Wahrscheinlichkeit, dass er in den Räumen höher... Konnte man das festlegen? Weißt du es noch? Das weiß ich nicht mehr, ne? Ja, du hast ja die Pille! Wieso? Einmal so schnell wie der? Ach, scheiße! Lauf da hin und her, oder? Ja, vielleicht hört er auch irgendwann auf! Was mit der Subscribe-Sound? Was mit der erste Halbzeit kommt überhaupt... ... ... ... ... ... Ich fühl's hier nicht gut, besser! Noch nichts... Da ist eine Kamera... Oh, Junge! Stimmt, da gehts nämlich um die Ecke, oder? In dem Raum. Oh, das ist schlecht. Da hat er, da gewitzt er ja auch. Was nen die Pille, Junge? Oh, wie richtig? Ja, ich weiß. Gerade, Frau, genau. Wissen wir, was für ne Karte rausgekommen ist? Ich hab noch keine rein. Ach so? Ich dachte, du hast gestartet und dann sind wir... Ja, beide waren zu. So, jetzt haben wir ihn abgehängt. Die 1 zuerst, oder? Ja. Ey, wenn wir es viermal schaffen, so ein Ding zu zusammen, ey. Das ist kacke. Kann man das auch irgendwo festlegen in dem Map Creator? Gott sei Dank. Okay, wir sind wieder zurück. Ach, wo ist der, ey? Ist irgendwo und schreit sich ein. Wo müssen wir hin? Geradeaus. Geradeaus. Wir müssen irgendwie hochwärts. Auf dem Navigator. Naja, wenn du das hast, dann würde das wohl stimmen. Oh nein, 173. Das ist gerade eben angekündigt, ne? Ja. Lass mal gucken. So, nächste lauf ich mal links. Schmeiß mal wieder was. Hehehe. Heroin Hero. Hehehe. Das Hauspark. So, das schaut schon mal gut aus. Das schaut sehr gut aus. Ja, aber es könnte auch sein, dass der jetzt nicht mehr in dem Raum ist, weil wir den anderen Raum gefunden haben. Das meine ich ja, ob der jetzt vielleicht in dem anderen ist. Sind wir hier richtig? Schau, was über dem Tunnel steht. Nichts. Das ist der zum Zombiekeller. Da sind wir durchgelaufen. Oh, komm, schau. Sonst lauf ich es den anderen nicht. Schnapp, schnapp. Ja, fahr. Boah, meine Güte. Wir splitten das in zwei. Mindestens. Das war eigentlich eine Stunde Videomaterial hoch. Nein. So weit darf es nicht kommen. Alex B, du hast es so gewollt. Hehehe. Aber es ist eine gute Map. Hat eigentlich alles. Ja. Hat er gesagt. Alle Räume wurden verbunden. Hat er gesagt? Ja. Aber wir hatten halt Pech, weil wir nicht direkt die Omnicard bekommen haben. Und deswegen war das jetzt suboptimal. Na ja. Kann nicht immer alles laufen. Ich würde gern diesen Spacko decontainen. Achja, ich habe ja bis jetzt nicht gesaved. Muss man an der Stelle mal anmerken. Wir safen nie. Es ist doch scheiße irgendwie. Was? Soll ich es drauf anlegen? Was ist das? Das ist der Secret Room. Achso. Ich habe den da. Ich habe irgendwas durch die Wand aufgenommen. Den brauchen wir nicht. Jetzt habe ich zwei fehlen. Es hätte sein können, dass die eine flüchtig ist. Die ihn einmal einnehmen verschwindet. Volatil und non-volatil. Wir haben jetzt viele Möglichkeiten uns selber zu töten. Ich guck mal, oder? Ja, guck mal rein. Kennst du auch der Langs? Boah, nimm schnell ne Pille, Mann. Das geht ja besser. Was war das? Cardiac Arrest? Äh, Cardio ist doch im Herz. Ja, Herzinfarkt, oder was? Guck mal nochmal. Also nein, können Arrestes. Ich habe gar keine Zeit, das zu lesen, Alter. Das ist ein Mietenshot oder ein Video später. Äh, war das hier? Ist es vielleicht so ein Ding? Äh, ja, ein Herzinfarkt. Thrombose. Alter, wo war denn der? Okay, das war jetzt... Okay, das war jetzt... ...leicht komisch. Nein, tail fox. Taube terminiert. Was suchen wir? Den Computer. Ja. Ja. Puh, wo war der? Der war irgendwo, wo eine Sarkasse war, ne? Das ist logisch. Irgendwo da war er, glaube ich. Da ist ein Raum, da sind wir doch durch, oder? Sind wir denn schon mal oben angenommen, oder? So, Moment. Ich halte es da allerdings. So, wie gesagt. Ja, 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 ja. Schau mal auf die, ne? Rechts? Nee. Nee. Das ist aber eine Sackgasse hier. Schau mal an. Das war mal keine Sackgasse, wo man ewig vor einem Gang laufen musste. Probier's. Ja, gut, da war es alles. Da ist ein roter Haus. Die andere, ja. Schaut gut aus. Ja, ja. Elektrical. Schon mal. Ja, haben wir da alles prepared, ja? Ja. Ja, 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 ja. Nee, da war's glaube ich nicht. Das war doch so ein Raum, wo ich eine Mastercard dort fallen lassen. Kein DEA. Bitte stirb jetzt nicht. Genutzt! Gehen wir da durch? Ja, vielleicht ist es dann richtig. Oh meine Güte. Doch da haben wir gesagt, ob er da durchschießen kann. Und dann? Weißt du das noch, ja? Ja. 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 Da hab ich gefragt. Meinst du, ob er da durchschießen kann? Die Ente ist überall. Vielleicht necksnaptik. Ja. Oh, 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 oh. Hast du aufgemacht? Ja. Achso. Ne, da könnte es sein. Ich muss jetzt nicht ansehen. Ich hink so, ja? Ja. Ja. Ich bin so anstrengend. Unzertet. Bööööö. Ja. 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 X3 Du neid, meine Hilfe? Du einst hierern doch nicht. Ihr habt verkannte Garten der Remote Door-Kontroll-System. Oh예요! Nein! Daha ※ rented die Worte kann hier hinzuhisen. Sie haben es über super vielPNer gedaan. Ja. Ist doch wichtig. Es ist auch hier, dass Ihr Weg aus hier ist. Ihr only feasible Weg ist durch KT, das ist grubbly locket. Ich, however, kann die Tür zu KT, wenn Sie die Tür re- und die Tür zu verabschieden. Wenn Sie weg sind, gehen Sie zurück in die Elektrik Room und die Tür zurück. Unter ihnen. Ich habe keine Ahnung, dass Sie mit Ihnen sprechen. Wieder inhebeln. Das war jetzt heftig. Dann wieder um. Ja, das war da. So, müssen wir wieder den Ding finden. Den Elektrik, glaube ich, der war nicht zu weit weg. Ah, Schritte. Ah, gar nicht so weit weg. Voneinander. So, und dann müssen wir wieder Gate B finden. Dot Control. Der redet doch jetzt mit uns, oder? Dot to Gate B is now open. So, jetzt kann sich herausstellen, ob das jetzt dieser rote Raum war. Oder was? Und wo war der? Muss ja irgendwo gewesen sein, wo eine Sackgasse war. Aber ich glaube, das war noch ein bisschen weiter weg. Das war ganz am Anfang, oder? Nicht ganz am Anfang, aber relativ weit am Anfang. Ich probiere es. Gate A. Nein, kein Gate A. Scheiß Gate A. Scheiß Gate A. Was will ich mit ihr da? Der Nex nennt uns. Nicht. Nicht. Ich bin nicht. So, wir müssen jetzt ein bisschen weiter runter, ne? Hilfe. Was für... Hier? Oh mein Gott. Wo? Guck erstmal wo der Fleck ist. Oh Mann. Oh Mann ey. Da wo wir... Ah, tönen wir ihn. Schon wieder. Aber wenn er jetzt von der Seite kommt... Oh, pass mal auf, Mann. Ja, tschuldigung. Tschuldigung. Wir haben so weit geh... Hahaha. Er kommt von der Seite, Junge. Er kommt nicht mehr aus der Pocket der Menschen, oder? Oh bitte, nicht von der Seite, ey. Hallo! Nein! Fuck! Hast du die Pille? Ja. Oh, Mausbuck. Mausbuck. Der läuft jetzt. Oh Gott, wo läuft der jetzt? Nee, ich hab keinen. Wir nehmen ihn ab. Ja, super recht. Wir containen ihn. Wir containen ihn, Alter. Wir containen ihn. Ja, aber das geht nicht, wenn er uns verfolgt, oder? Muss gehen. Wir müssen ihn erst mal aufhängen, glaube ich. Oh Mann, dieser Pisser. Echt wahr, ey. Schau mal vielleicht nach rechts, ob der... Ab der hinten. Container entspannen jetzt, ey. Oh Mann, der hat ein IQ von einem Fisch, ey. So. Ey. Komm schon. I just couldn't leave. Please. Der Schalter geht nicht. Kannst du dich verarschen? Der Magnetic. Ja. I just couldn't leave. Please. Please let me go. Oh. Das freut ihr daran, oder? Ja. Ja. Gisschen. Ich geh schon mal den Schalter ins Kicken. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Warte mal. Ja, der ist drin. 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 Ich weiß nicht, wie du, wo es ist. Shit, Alter. Da, wo immer Aufzug ist? Wo man nicht weiterkommt? Ich glaube aber, dass es einfach der direkte Durchgang ist. Stimmt's? Aber wir könnten uns nicht mal gucken, oder? Ha? Oh, hier sind immer so Türen. Da ist noch eine Sackkasse. Ja, das ist der. Der ist toll, ey. Super. Oh mein Gott. Alter. 096? 096? Willst du mich verarschen, Junge? Ne, das ist der Raum da vorne, ja. Sehr gut. Da ist wieder so einer. Da sind jetzt diese... C-Räume. Die Alex geschrieben hat. Keine Ahnung, was diese C-Räume ist. Da waren wir noch gar nicht. Da sind wir nicht reingekommen. Da ist nicht mehr drin. Dann kommen wir aber auch nicht rein. Schau mal. Ist es G-B dahinter, oder was? Ja, das wäre natürlich kacke. Sehr, da ist hier drin. Ja, toll. Wenn es G-B dahinter ist, dann... ...komm wir da nicht rein. Ey. Hallo. Ja, wenn wir den rauslocken, dann macht er auf. Aber das geht nicht. Kann man nicht. Ich guck ihn dir an. Wow, geht ja mal ein bisschen weg. Ich hab von kurzem einen Schiss gehabt, dass er durch die Hand holt. Oh, komm mal halt auf. Schau mal auf die Karte, was danach kommen soll. Wenn man da irgendwie anders hinkommt. Ne, nein. Das Blut ist irgendwie so verschoben auch. Ist das eine Sackgasse? Könnte sein. Oh Mann, ey. Könnte aber auch Gate B sein. Ja eben, Gate B ist ja dann als Sackgasse wahrscheinlich drin. Ich geh mal zurück und dann links. Da komm ich ja nah dran zumindest. Laut Navigator. So, das hast du gemeint, ne? Ja. Ich hab zwar einen Kutub, aber egal. Ich hab zwar einen Kutub, aber egal. E-K-T-B. Nee. Sind wir da unten ja auch sicher. Ja, aber wir haben ja noch nie einen Raum gesehen, wo, wie bei Gate A, Gate B stand. Das haben wir noch nie gesehen. Oder ist es einer von diesen roten Räumen? Einste? Die werden sonst eine Sackgasse sind. Irgendeiner. Alle oder nur eine? Oder wird Gate A zu Gate B, wenn man das aktiviert? Dreh sich das Schild, ey. Das wäre unsinnig. Ja komm, lass mich halt fahren, ey. Das ist ein Spiel, Junge. Oder Gate B ist der Ausgang im allerersten Raum. Da ist auch so eine Tür. Ach, wir sind ja gar nicht gefahren. Ach, auf Ried, ey. Das nimmt kein Ende. Sollen wir schauen, wo Gate B ist? Ja, guck mal bitte. Welche Raum, was Gate B ist? Das stinkt ja, Alter. Also, ich hab den hier gefunden. Aber wo noch nicht? Der Kader ist eigentlich nur auf 10. Eigentlich. Da sind alles nicht schön rein, wie dringend. So, da vorne ist noch mal eine Sackgasse. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Gate B, Gate B, Gate B, Gate B. Gut, das ist doch keine Sackgasse. Ist das da unten, Gate B? Nö. Da ist alles offen, Junge. Gate B. Ich checke jetzt alle Türen, ey. Ja, echt, Mann. Oh Gott, ey. Boah. Hab ich die Seite da nicht aufgenommen. Voll. Schlimm, Junge. Und voll verpackt, Junge. Kein Mofi, also. Okay, also, Gate B schaut so aus. Ah, ja. Sieht aus wie der Raum mit dem Computer. Haben wir nicht gesehen. Kannst du bei Google auch eingeben, Where is Gate B? Fragezeichen? Nein. Da steht, next to it is an elevator that leads to the surface of Gate B. Die sind in derselben, in derselben Zone wie der andere. Der Staat? Nee. Wo? Ich bin da. Da sind wir die Treppe runter, ne? Auf der anderen Seite bitte wieder hoch. Vor allem, der schwebt da. Nicht mehr, doch. Voll geil. Ey, was ist da rechts hinten? Das ist der Elevator. Ach so, da können wir gar nicht durch. Das ist Gate. Da steht nur Gate B. Gate B. Halt dich fest. Nach einer Stunde haben wir es geschafft. Really? Really? Memory Access Violation? Oh, you must be kidding me. Wir waren so nah dran. Wir waren so nah dran. Memory Access Violation. Ey, das ist jetzt schon ärgerlich, Mann.